Wir unterbrechen das laufende Programm für eine Sondermeldung. Irvine, California. Soeben wurde Wrath of the Lich King Classic für das Jahr 2022 angekündigt. Das Spiel wird mit ein paar kleinen Änderungen zu seiner Originalversion von vor 15 Jahren erscheinen. Laut Leaks vom User Enter the Dragon Punch soll das Classic-Add-on bereits diesen September erscheinen. Vergangenen Leaks bestätigen seine Glaubwürdigkeit. Mit dem Pre-Patch kommt auch direkt der Todesritter ins Spiel. Die erste Heldenklasse in World of Warcraft startet wie gewohnt auf Level 55. Allerdings benötigt ihr diesmal keinen Charakter, der mindestens dieselbe Stufe hat, um den Todesritter überhaupt erstellen zu können. Ihr könntet also direkt mit einem neuen Account als Todesritter in die Schlacht ziehen. Kein Dungeon Finder. Eine der kontroversesten Neuerungen war damals der Dungeon Finder. Blizzard hat nun bestätigt, dass sie diesen nicht in der damaligen Form ins Spiel bringen möchten, da selbiger nicht zur Classic-Community passt. Laut Aussagen von Ian Hercoccas können Spieler, welche dieses Feature nutzen möchten, es in VOV Retail machen. Des Weiteren wurden Änderungen im Friseurladen bestätigt. Zu den bisherigen bekannten Charakteranpassungen sollen nun weitere, damals nur mit Echtgeld zu erhaltende Anpassungen mit Gold erworben werden können. Welche hier genau gemeint sind, ist noch nicht bekannt. Wie mit The Burning Crusade Classic bereits eingeführt, wird es auch zu Wrath of the Lich King Classic einen kostenpflichtigen Charakterboost auf Level 70 geben. Ausgeschlossen hiervon ist lediglich der Todesritter. Ob es wie im The Burning Crusade-Paket weitere Gegenstände in beiden World of Warcraft-Versionen gibt, ist zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Arena-Teams werden abgeschafft. In The Burning Crusade Classic hat die PvP-Community betont, dass sie die Flexibilität einer persönlichen Wertung bevorzugt, anstatt einer, die an ein festgelegtes Team gebunden ist. Blizzard hat außerdem bestätigt, dass sie für weitere Änderungen das Feedback aus dem Beta-Test abwarten werden. Somit ist bei einigen kontroversen Themen noch nicht bekannt, ob diese in der Originalform ins Spiel implementiert oder sogar komplett herausgelassen werden. Hier ist weiterhin der Dungeon-Finder das große Thema. Zwar ist es bereits bestätigt, dass dieser nicht in der Ursprungs-Wrath of the Lich King Form eingeführt wird, allerdings lässt es hier Fragen offen, ob er wie aktuell der Dungeon-Browser in The Burning Crusade bleibt oder ob dieser in einer angepassten Form implementiert wird, sodass man eventuell die Möglichkeit hat, mit einer bestehenden Gruppe diesen zu nutzen, diese sich auf den Server beschränkt oder auch nur für einen Port zum Dungeon-Dasein wird. Da der Dungeon-Finder allerdings erst recht spät im Original eingeführt wurde, besteht weiterhin die Möglichkeit, dass bei genügend Feedback auch das passieren wird. Weiterhin abzuwarten bleibt das Management rund um die IDs der Raids und der umstrittene Gearscore. Letzterer konnte durch einige Tricks so manipuliert werden, dass das Rating nicht dem tatsächlichen Gearsstand entsprach. Zu den verschiedenen Raid-IDs ist noch nicht bekannt, ob diese phasenweise angepasst werden oder komplett überarbeitet werden. Wie in einer vorherigen Sendung berichtet, gab es hier vor allem in einer späteren Phase die Möglichkeit, den Raid in vier verschiedenen IDs zu bestreiten. Einmal im 10er-Normal, 10er-Heroisch, 25er-Normal und 25er-Heroisch. Außerdem wird jeder Spieler gezwungen werden, nach Wrath of the Lich King weiterzuziehen. Die Entwickler haben explizit betont, dass es keine bestehenden TPC-Server nach dem Launch von Wrath of the Lich King geben wird. Man kann sich bereits jetzt für die Beta von Wrath of the Lich King Classic anmelden. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Weiterhin wurde nebenbei das 9. Add-on für die Retail-Version von World of Warcraft angekündigt. Mit Dragonflight erkundet ihr die vergessenen Dracheninseln und lernt die Geschichte der Drachenaspekte kennen. Als neue Rassen-Klassen-Kombo wurde der Rufer der Drakteur angekündigt. Die Drakteur sind die neue Drachenrasse und die Klasse des Rufers kann nur mit dieser Rasse gespielt werden. Heißt also, dass jeder Rufer ein Drakteur ist und jeder Drakteur ein Rufer. Da es sich bei der neuen Erweiterung ganz um das Thema Cross-Faction dreht, ist der Rufer der Drakteur neutral und fraktionsunabhängig. Heißt, man muss sich auch nicht wie damals die Pandaren für eine Fraktion entscheiden. Bei den Cross-Faction-Plänen wird es sich vermutlich um das Ende der strikten Trennung zwischen Horde und Allianz handeln. Es wird euch also möglich sein, sowohl Gruppen und Raids zu bestreiten, als auch gemeinsam in Gilden sein zu können. Auf den Dracheninseln erwarten euch fünf verschiedene Gebiete, vier davon als Level- bzw. Endgang-Gebiet und eines als Startgebiet für die neue Klassen-Rassen-Kombo. Am Start der Erweiterung erhaltet ihr zudem einen neuen Drachen als Flugreittier, mit welchem ihr unter anderem neue Fähigkeiten erlernen und welchen ihr ganz individuell anpassen könnt. Weitere Änderungen betreffen das Talentsystem. Hier wird wieder auf den guten alten Talentbaum gesetzt. Das System dahinter wird allerdings komplett überarbeitet. Hinzu kommen noch größere Änderungen am Berufssystem und im User-Interface.